Johns Opfer blieb nicht unbemerkt. Meine Familie wurde von der britischen Regierung belohnt und später von den Amerikanern. Für damalige Verhältnisse waren wir reich. Dies waren ereignisreiche Jahre. Wir verschoben die Grenze zum Horizont, bauten, expandierten, immer Richtung Westen. Mein Vater Nathaniel war ein Patriot, aber kein großer Geschäftsmann. Als er mir die Geschäfte übergab, war von dem Vermögen der Blacks nicht mehr viel übrig. Und somit kommen wir zu meinem Teil der Geschichte. Amelia Black, das Mädchen, dem die Falcon Company gehört. Stimmt es, dass eure Großmutter eine Mohawk war? Leider habe ich keine Zeit zum Plaudern, alter Mann. Es heißt, Falcon legt die Schienen den ganzen Weg bis zur Westküste. So ist es geplant. Aber die Konkurrenz schläft nicht. Ich muss gehen, alter Kauz. Stimmt es, was die Leute sagen? Ist die Falcon Company bankrott? Die Regierung ist nicht überzeugt, dass ihr diesen Job hinkriegt, Black. Bevor ihr den Vertrag bekommt, müsst ihr erst beweisen, dass ihr besser seid als die anderen. Die Regierung bekommt ihre Eisenbahn, Major Cooper. Beschützt nur meine Männer. Dann könnt ihr wieder gegen Mexikaner oder Seminolen oder wen auch immer kämpfen. Die Falcon Company wird die Eisenbahn in dieser Gegend nie besitzen. So, wir spenden jetzt Amelia Black und Major Cooper. Nur unsere Handelsposten können entlang dieser Handelsroute gebaut werden, um diese Eisenbahnlinie zu vervollständigen. Bahnarbeiter, kündig. Jetzt muss ich deine Handelsposten errichten. An neuen Stellen. Aha. Bader Mann. Was ist deine Kommande? Bahnarbeiter. Wir warten allerdings. Er ist einmal bei Einheiten bei der Sonne. Schick mir die Dumme. Und ich darf mich sagen, spenden wir die Amis, oder? Fügt persönlich. Bader, mit den Ressourcen geht es vorwärts, oder? Die Schuften fleißig. Raketen. Raketen. So haben sie die gehabt. Im Wilden Westen. What is your command? Bader, Mann. Ich mache es mal. Machen wir das doch. Damit du was vorwärts geht. I'm ready. Yes. Bader, die Ressourcen unten kriege ich nicht, oder? Nichts, was ich zusammensammeln kann. Vierten Zeitalter. Commander, ready. Mannar, bei Fuß. Da würde ich dir viel Silder geben. Machen wir mal. Brauchen wir schon. Mann, zum Schuften gibt es immer was. I'm ready. Alter, die Ressourcen noch. Wie wollte ich da lang rumschlachten? Heil. Könnte noch eine Mühle bauen. Wäre ich ein bisschen lukrativer. Riecht. Heil. Riecht. Langsam wieder zu. Geht ein bisschen schneller. Bader, flamm in die Seemaschine. Heute habe ich nichts mehr. Yes. Oh, die Bumme da. Forster. Heute Hocker. Heute. Forster. Yes. Bader, darfst du uns? Dann schauen wir mich runter, oder? Dann soll ich sagen. I'll do it. Du weißt auch gar nicht. Wenn ich mir mein Freund bietet die Briten. Wahrscheinlich nicht, oder? Meine wilden Westen. Meitern. Right. Oh. I'll do it. Musketier. Ich bin bereit. Zu battle. Was ist denn da? Attack. Seid ihr das Wahnsinns? Zu battle. Ich bin jetzt. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ready? Komm, bitte geh mehr da. Einen Hund brauche ich. Zur Verteidigung. Ja, das ist einfach da durchspaziert. So ganz cool, gell. Ohne richtig ein Verluste. Was geht denn noch? Münzen. Holz. Nahrung. Der Musketier. Was ist dein Wettbewerb? Ja? Ich gehe jetzt! Ich werde es machen! Ich gehe jetzt! Ja? Kevin? Die bauen! Bei der drei Punkte, Oma! Das sind die Feinde! Mit den Indianer Verbünden! Was sind denn die? Heute, oder? Vermut ich mal! Ich bin bereit! Ich gehe jetzt! Dann gibt es ein paar extra Punkte! Ich werde es machen! Ich gehe jetzt! Bison! Genau! Die Bündnisse mit den Indianern in dieser Region werden uns beim Bau dieser Eisenbahn sehr nützlich sein! Komm, kriegt eine Hütte von mir! Die Bündnisse mit den Indianern in dieser Region Wollen wir die Worte für Indianer sind? Apatschen, oder? Ich weiß gar nicht, Sauge! Was ist Ihr Kommand? Wir sollten zu allen Handelsposten einige Männer schicken um bei der Verteidigung zu helfen! Yes! Die Kommandchen! Das ist schon wieder dumm! Aber wir hatten einen Angriff! Ich glaube, ich bin nicht zu schwach aufgestellt, oder? Ich werde mich nicht ganz aufhauen! Kommandament? Beide auf, gute Frau! Die Geschützwieserei! Ich werde ihn noch nicht bringen! 1200! Mal das! Warte mal, Münzen! Heil! Yes! Kommandament! So, geh nicht mehr! Fokus da! So, da vorne die Bäume rein, weiße, gell! Zeh auch gern! Ready! Mit auch gern! So, geht wieder was! Und dann soll ich sagen! Machen wir den doch! Stufe 3! Ein Bündel Holz! Frei! Frei, das! Oder Einheiten! So, du dazu! Mach dich doch! Was ist deine Kommande? Attack! Das ist eine Kuppe! Ich bin nicht hier! 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 Mach mir das doch! Ready! Imenasong! Wann schnitt dich doch mal! Der kann das Klumpen nicht zusammen glauben! Heil! Na gut! Dauert ein bisschen! Da haben sie eine Kaserne! Da hinten mehr! Meine Ressourcen! Ole, Wumme! Begif! Gehen wir noch einander! Das mache ich noch mal! Das mache ich noch mal! Damit ich vorwärts geht! Versucht dann! Der ist Halt vor der Hütte! I'm ready! Bumm! Das war's! Wer entforderte eine Kanone, ja! So, er sammelt weiter. Das war die Stallfalle. Ich glaube, ein weiteres Dorf gibt es nicht, oder? Im Wald fehlt ja nicht. Die Flößerei. Das geht aber. Zeh der Affe. Das geht immer noch. Weil die Kohle um. Die Gressäge. Hau sie rein. Geh du. Der weh der Rennenplänkler. Der weh der Rennenplänkler. Der weh der Rennenplänkler. Der weh der noch sammeln. Und dann badet man in die Kanonengieserei. Hätte ich gesagt. Der weh der ohne Natur. Der weh der Rennenplänkler. Ja, genau. Freunde, ich geh mir jetzt. Mit Musket und Kanone. Ja, leih an! Bumm, ich hab ein Alter. Wer dir erfreut, Schuder, wenn du doof liegst, dann sind sie erfreut. Ich bin bereit. Super, also nicht! Geht los! Bereit. Beide, Mann! Alter, Geschützkieserei! Klotze durch! Wir sind in einem Spaziergänger! Da haben wir wieder einen Spaziergänger. Ja! Oh, hallo! Du bist an uns! Bereit! Ja! Alltf! Attack! To Battle! Er ist ein nicht mehr traurig, so man kann es leben. Was ist unseroffer? Attack! Kommandament! Er ist geredet! Er ist sicherlich! Ich bin bereit, um zu battlen! So, meine Muskel-Dierer hat einen Spaß! Was ist deine Kommande? Attack! Bereit! LIE ON! Boom! Abreißen! Wird ein bisschen andere, der Wind? Yes! Forward! Und die sind von der Hütten gekommen? Haben die noch ein Lager oder wie? Forward! Forward! Kommt auf Kanone, ich bin bereit! I mean so! Der Möbido! Heil! Ready! Die Baumwollforn! Münzen-Brammer! Grenadier! Two battles! Attack! Ja? 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 Ich bin bereit, um zu battlen! Ja? Ja? Abwanderung! 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 Und die kommen alle von hinten, oder? Ich bin bereit! Ja! Ja, die kommen alle von hinten! Ja! 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 Ja, ja! Ja! Heil Tilgär Probleme Yes Und Recht Das sind fünf Punkte, aber ich kann nicht mehr abfordern. Yes. Yes. Was kann ich tun? Super, Chefin. Ich gehe jetzt. Wenn ein Lortum mir marschiert, oder? Da jemand drüben? Wenn eine Dame wie hier tut, kann ich was, oder? Da darf ich noch gehen lassen. Und diese Deppen kommen von nach hinten? Ich gehe jetzt. Aber ich glaube, in den Städten haben wir es. Gut gemacht. Die Eisenbahnlinie ist fertig. Beginnt mit dem Transport von Vorräten zur Grenze. Runde, abgelassen.